Digitale Langzeitarchivierung ist dafür da, digitale Daten langfristig zu erhalten. Das liegt daran, dass digitale Daten relativ fragil sind. Sie können relativ schnell verloren gehen. Jeder kennt das wahrscheinlich. Man braucht nur auf den falschen Knopf zu drücken und sie sind weg. Man hat vielleicht den alten Datenträger, das alte Handy nicht mehr. Oder man hat die Datei noch, aber man kann sie nicht mehr öffnen, sie ist kaputt. Oder man hat die Software nicht mehr, mit der man sie lesen kann. Und für ZB Med ist es halt wichtig, weil unser eigener Bestand, der ZB Med Bestand, soll ja der Wissenschaft langfristig zur Verfügung stehen. Also sie sollen damit Forschung betreiben können, aber auch die Forschung soll nachvollziehbar bleiben. Und das nicht nur 10 Jahre, 20 Jahre, sondern bis 100 Jahre oder länger. So lange, wie man es braucht. Bis zum nächsten Mal. Das ist der Fall. Untertitelung des ZDF, 2020